Die Mehrheit der Deutschen wünscht sich einen Mindestlohn von mindestens 15 Euro die Stunde. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24d. Meine Damen und Herren, das Meinungsforschungsinstitut Forsa hat im Auftrag des Sterns, der Zeitschrift Stern, eine Umfrage gestartet und herauskommt, dass 57% aller Deutschen, aller befragten Deutschen einen Mindestlohn von mindestens 15 Euro haben möchte. Ich zeige Ihnen das mal ganz kurz, was im Internet zu sehen ist. Mehrheit Mindestlohn hoch auf 15 Euro, Mehrheit der Deutschen ist dafür. Meine Damen und Herren, gucken wir uns das mal näher an. Der Mindestlohn taugt als ideales Wahlkampfthema. 57% der Deutschen wollen eine kräftige Erhöhung. Dagegen sind mehrheitlich nur die Anhänger der Union und Ampel, ist denn der nächste Streit in der Ampel vorprogrammiert. Ganz interessant bei der ganzen Geschichte ist ja nicht nur, dass die Forderung nach höheren Mindestlohn da ist, sondern wer vor allen Dingen von den Parteien dort mit vertreten war. Und das ist für mich ganz interessant. Hier haben wir es also zum Beispiel die Anhänger der SPD sind mit 64% dabei, die Grünen Anhänger 62%, die FDP nur 35%, Unionsanhänger 42%, dann die AfD, das finde ich total interessant, mit 56% dafür und die BSW-Anhänger mit 67% dafür. Meine Damen und Herren, Sie wissen ja, wer ich bin. Ich bin gerichtlich zugelassener Rentenberater und Rechtsanwalt. Und für mich ist vor allen Dingen mal interessant aus der Brille des Rentenrechtlers, was gibt denn eigentlich nun 15 Euro Mindestlohn für eine Rente, wenn ich zum Beispiel 45 Jahre arbeite. Und da habe ich einfach mal gerechnet. 15 Euro Mindestlohn mal 8 Stunden. Das multipliziert mit einer 5-Tage-Woche und dann habe ich den Faktor 4,35 genommen. Das ergibt dann einen Monat. Also einen Monat sind ungefähr 4,35 Wochen. Das können auch 4,34 sein. Wir wollen das da nicht so aufhängen. Und das habe ich dann alles mal zusammengerechnet. Ergibt dann einen Bruttomonatslohn von 2.610 Euro. Das mal 12 haben wir über 31.000 Euro Jahreseinkommen. Das habe ich dann dividiert durch das vorläufige Durchschnittsentgelt, was 2024 gilt in Höhe von 445.538 Euro, glaube ich. Und daraus dann die entsprechenden Entgeltpunkte gezogen. Die habe ich dann mit 45 multipliziert und komme dann auf über 31 Entgeltpunkte. Und diesen Wert, da das eine abschlagsfreie Rente ist mit 45 Jahren, so habe ich angenommen, habe ich dann einfach mit dem neuen Rentenwert, der zum 1.7.2024 gilt, 39,32 Euro, multipliziert und komme dann auf eine Bruttomonatsrente von 1.221 Euro. Meine Damen und Herren, also Sie müssen bei einem Mindestlohn von 15 Euro bei 45 Jahren Arbeit mit einer Rente von 1.221 Euro rechnen. Da stelle ich mir schon die Frage, ist das überhaupt ausreichend, ist das überhaupt gerecht, sind 15 Euro völlig ausreichend, um eine armutsfeste Rente zu organisieren. Da sage ich, meine Damen und Herren, nein, das wird nichts. Wir brauchen zumindest 60 Prozent des Medianeinkommens, EU-Medianeinkommens und da liegen wir ungefähr bei einer monatlichen Rente zuzüglich Kranken- und Pflegebeiträge oder abzüglich Kranken- und Pflegebeiträge Netto-Rente von 1.250 Euro. So auch die Forderung der Partei Die Linke. Meine Damen und Herren, ich finde die Diskussion um 15 Euro Mindestlohn schon sehr interessant. Es taugt auf jeden Fall als wunderbares Wahlkampfthema und sollte uns allen zu denken geben, dass also eine Mindestlohnerhöhung im Jahr 2025 von 12,41 Euro auf 12,80 Euro ein absoluter Witz sind. Dass natürlich die FDP und die CDU dagegen ist, ist mir auch völlig klar. Aber meine Damen und Herren, bei der CDU sind eben auch 42 Prozent dafür und nur 53 Prozent dagegen. Hingegen bei der FDP klar 62 Prozent dagegen sind und 35 Prozent aber wiederum dafür sind. Also ein Drittel der FDP befragten Wählerschaft ist schon für eine Mindestlohnerhöhung. Sie ist auch aus ökonomischen Gründen aus meiner Sicht absolut zweckmäßig, denn damit wird sozusagen auch der private Konsum in Deutschland angekurbelt und die Menschen haben einfach mehr monatlich Geld zur Verfügung. Also meine Damen und Herren, wenn Sie ja auch dafür sind, 15 Euro Mindestlohn, meinetwegen zum Beispiel ab 01.01.2025, dann einfach Daumen hoch oder Sie kommentieren dieses kurze Video. Ich würde mich freuen. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Ich wünsche Ihnen eine reine.